Ich habe schon lange gesagt, ich möchte verschiedene Methoden zeigen, wie wir im Tiny House Kaffee machen können. Und die erste, die ich jetzt zeige, ist das Gerät, das mir nicht gehört, das habe ich nur bekommen. Das ist ein Produkt, das ich von der Firma Kialoa bekommen habe. Die Idee dahinter ist, dass das eigentlich eine manuelle Espresso-Maschine ist. Das heisst, mit denen kann ich ein Espresso mit der Creme, die ein Espresso hat, extrahieren. Und in diesem Video zeige ich euch den ganzen Lauf, dass ihr auch seht, wie lange so eine Zubereitung geht. Und ob das Gerät für euch überhaupt Sinn macht. Was ich dazu bekommen habe, ist eine spezielle Mülle, das ist das Spezielle beim Espresso. Man muss den Kaffee dort relativ fein mahlen. Das heisst, die brauchen wirklich eine gute Handmühle. Wo man da also die verschiedenen Stufen einstellen kann, dass ihr wirklich genug fein mahlen könnt. Die Idee von dieser Maschine ist recht einfach. Ich lehre hier oben ein heisses Wasser rein, drehe dann den ganzen Mechanismus hoch. Und mache dann mit dem Abendrehen den nötigen Druck, dass es eine gute Extraktion gibt. Ich nehme 18 Gramm Kaffee. Ich bin da so ein wenig genau und so. Das müsst ihr wahrscheinlich nicht. Aber wenn man irgendwann mal so ein wenig Kaffee anfängt und so ein wenig das cool findet, dann fängt man halt sehr genau an zu arbeiten, dass man das auch immer wieder reproduzieren kann. Was bei dieser Maschine zu beachten ist, sie ist aus Metall und ich möchte ein Espresso eigentlich in möglichst hoher Temperatur, also 92 Grad extrahieren. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich hier oben Wasser rein lehre, bis sich das alles aufgewärmt hat, hat das Wasser wahrscheinlich nur 80 Grad. Das heisst, was ich jetzt als erstes mache, ich nehme mal hier oben das Sieb raus. Aber ich nehme eigentlich schon mal heisses Wasser rein, eigentlich nur mal, um das Teil aufwärmen. Das müsste man nicht machen, aber macht Sinn. Was ich jetzt auch schon gemacht habe, ist, ich habe schon Wasser auf meinem Gasherd warm gemacht. Also das gehört noch dazu. Ich brauche natürlich heisses Wasser. Ich fülle da wirklich einfach mal Wasser rein. Ich fülle das Ganze und lasse es schnell einen Moment stehen, dass das ganze Behälter hier warm werden kann. In dieser Zeit kommt der Kaffee hier in das Sieb rein. Das gibt es alles dazu. Also ihr kommt bis auf die Mülle. Eigentlich eben den Teinträger. Das Teil da. Das können wir da rüber. Und dann muss man das andrücken. So. Und dann sollte es ein bisschen gerad sein. Ich mache das normal für den Stehen. Es ist ein bisschen ungewohnt im Sitzen das zu machen. Aber egal. Genau. Und dann ist der Kaffee hier rein gepresst. Ich glaube, das ist jetzt genug warm. Das heisst, ich kann hier mal aufdrehen. Und in dem Moment seht ihr, jetzt fängt es schon als Wasser raus zu laufen. Ich drehe das jetzt mal ganz hoch. So. Dann leert sich das. Dann kann man es wieder runter drehen. Wird reingeschraubt. Also einfach rein drehen bis an den Anschlag. Wasser oben rein leeren. Und dann sehe ich irgendwann ist die Wassermenge dann über den Löchern. Und das ist für mich so der Moment, wo ich stoppe. Man könnte das auch anders mit abwägen machen. Aber ich glaube, das ist so. Ein relativ einfaches Merkmal. Und jetzt ist eigentlich wieder das gleiche Prinzip. Das heisst, ich mache hier die Kamera auf mit hoch drehen. Jetzt kommt das Wasser in Kontakt mit dem Kaffeepulver. Und ich kann da ganz hoch drehen. So. Und dann mache ich das wieder umgekehrt. Und beim runter drehen. Jetzt merkt man, jetzt wird der Druck ein wenig grösser. Jetzt brauche ich wirklich die Hand. Und jetzt fange ich an den Kaffee extra hier an. Das jetzt seht ihr unten, wie der Espresso rauskommt. Das wars. Espresso. Tiny House. Ähm. Recht einfach zu machen eigentlich. Die Reinigung von dem Ding ist eigentlich sehr simpel. Das heisst, ich nehme da einfach den ganzen Siebträger wieder raus. Kann ich raus drehen. Und jetzt ist es ein bisschen nass. Es war jetzt ein bisschen unglücklich. Aber grundsätzlich, wenn er einen Moment wartet, ist das auch nicht mehr so nass. Das ausklopfen. Erledigt. Also, ich finde es eine coole Methode für Leute, die sagen, sie möchten Kaffee oder nein, sie möchten Espresso trinken im Tiny House. Braucht nicht so viel Platz. Ist relativ einfach zu machen. Ihr braucht warmes Wasser. Und das ist es. Das Ding heisst Aram. Kann man zum Beispiel bestellen auf kialoa.ch. Oder ihr findet es auch im Internet. Ich habe es jetzt für 3 oder 4 Wochen zum Testen bekommen. Und es ist cool zum mal Espresso machen im Tiny House. Und ich finde es sieht auch noch schön aus. Und es ist easy, wenn es auch einfach rumsteht. Ich werde es mir aber nicht zu tun. Ich bin zu wenig Espresso trinken. Ich bin eher Filterkaffeetrinker. Deshalb war es mehr so ein Experiment. Und wenn ich dann halt mal ein Espresso oder ein Cappuccino mache. Dann gehe ich zum Philipp Henauer. Oder ich gehe zum Felix von der Kaffeemacher. Oder ich gehe ins Kaffee auf Zürich. Und hole mir dort einen feinen Cappuccino. Das nächste Mal zeige ich Ihnen aber eine andere Methode. Eben zum Beispiel Filterkaffee, Aeropress, Bialetti. All das kommt. Bis bald.